70 Metern um die Welt ist frei nach Schülwerns Abenteuerroman das Motto des höchsten und einzigen voll thematisierten mobilen Riesenkettenfliegers der Welt. Alexander Götzke, den ich sehr herzlich begrüße, der Pionier auf dem Gebiet der Riesenkettenflieger, ist mit seinem brandneuen Schülwern-Tower, der im April 2017 überhaupt erstmals aufgestellt wurde, nun zu Gast auf der Wiesn. Herr Götzke, ist Ihr Riesenkettenflieger eigentlich auch familientauglich und was gibt es denn sonst noch zu erzählen? Erzählen Sie mal ein bisschen was. Schülwern-Tower ist familiengeeignet für die ganze Familie von Kindern von sechs Jahren bis zu den Omas und Opas. Das ist unser Vorteil, dass auch mittags auf der Wiesn schon Leute bei uns waren. Wir haben ein familienfreundliches Karussell. Das Karussell ist 80 Meter hoch, hat einen Flugradius von 32 Meter, wenn es die Höchstgeschwindigkeit fährt. Wir fahren mit drei Meter pro Sekunde nach oben oder nach unten, damit man in die Höhe kommt. Heutzutage natürlich modernster Sicherheitsstandard. Das Karussell ist nach dem modernsten gebaut worden mit jeglichen Vorschriften der heutigen Zeit. Und jetzt kann ich den Tablet-Sendern. Und jetzt? ja aber jetzt regnet es wenigstens gerade mal nicht zuvor der regn der war ja nur noch scheiß schade oh ja warte wird das muss wir die tasche rein tasche zu tasche tasche irgendwo wir haben die jürgen werden ganz neues design auf die rückwand jetzt geht's so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, das war die erste Fahrt. Wir nähern uns dem Ziel der Jules Berntauer in 80 Metern rund um die Welt. Und wie war es da vorne? Sau kalt. Weil keine Schuhe. Mega, nein, es ist sehr kalt. Es ist sehr kalt. Deswegen sollte man das so machen, wie ich das gemacht habe. Ich würde mich nicht mehr so生f, wie ich es darauf hätte, wie es das war.